Freunde der Sonne, heute ist Freitag, der 11. Januar 2013. Diese Woche habe ich was rausgekriegt, das hat sich noch nicht rumgesprochen, aber ich bin mir sicher. Die Deutsche Bahn hat den gleichen Planer wie der Großflughafen Berlin-Schönefeld, also Willy Brandt. Warum bin ich darauf gekommen? Weil, wie eine Überraschung, diese Woche kam die Mitteilung, dass die Sperrung der Bahnstrecke mindestens vier Wochen länger dauern wird, und zwar die der Bahnstrecke Rostock-Berlin. Man braucht länger für die Bauarbeiten. Ich bin mal gespannt, ob diese Strecke vor 2014 freigegeben wird. Vielleicht gibt es dann ja als erstes Neues die Direktverbindung zum frisch eröffneten Flughafen oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich stinkesauer. Und ich hoffe, dass der Landesregierung dann vielleicht nochmal, da das Licht aufgeht, spätestens zum nächsten Fahrplan, die Einschränkungen für die Berufspendler erheblich zu reduzieren und die Züge, die sie gerade abbestellt hat, wieder zu bestellen, sodass man nicht länger so massiv unter dieser Streckensperrung leiden muss. Naja, mal sehen. Große Freude diese Woche bei Angela Merkel. Warum? Weil die SPD einfach sehr nett war mit Peer Steinbrück. Und Peer Steinbrück sehr nett zu Angela Merkel ist, ich weiß nicht, ob es irgendwem aufgefallen ist, aber die Frau macht zurzeit gar nichts, außer die Klappe zu halten. Und mehr muss sie auch nicht machen, weil Steinbrück erledigt das ja allein. Wie kann man als Sozialdemokrat so dermaßen gierig agieren und nach mehr Kohle schreien? Baschel hat das diese Woche in seinem Blog sehr gut dargestellt. Er hat richtig Angst gehabt, dass Steinbrück verarmt, wenn er Kanzler wird, weil er dann ganze Aufsichtsrat-Tätigkeiten und so weiter nicht mehr machen kann und auf etwa 18 Prozent seines jetzigen Einkommens abstürzen würde. Aber, naja, kann uns aber eigentlich auch egal sein, weil Linke wählen ist ja im September sowieso die Devise und das macht dann auch mehr Sinn. Nächste Woche gibt es eine Schicksalsentscheidung, kleiner kann man das nicht formulieren, und zwar für das Rostocker Volkstheater. Also da ist nach wie vor der Zustand, dass der Oberbürgermeister sich partout weigert, die nötigen Mehrbedarfe einzustellen, also die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit das Theater das Jahr übersteht. Und wenn das nicht passiert und es nicht irgendeine Klärung gibt, dann wird das Volkstheater nächste Woche wohl Insolvenz anmelden müssen. Ich hoffe, dass das nicht passiert, sondern dass alle Beteiligten sich irgendwie besinnen. Und was dabei rausgekommen ist, erfahrt ihr entweder über Twitter oder über bockhahn.de, spätestens aber nächsten Freitag im Freitag ab 1. Bis dahin eine gute Woche, die übrigens die erste Sitzungswoche des neuen Jahres sein wird. Also es gibt dann auch wieder einen Bericht aus Berlin. Allerdings trotzdem von Rostock aus, denn nächster Freitag ist schon wieder Sitzungsfrei. Ich freue mich. Sportfrei, schöne Woche.